Die Grasshoppers verlieren ihren Topscore, der Brasilianer Caio wechselt per sofort nach Israel zu Maccabi Haifa. Caio verlässt die Grasshoppers in Richtung Maccabi Haifa. In der letzten Saison war Caio mit 14 Meisterschaftstüren der beste Torschütze der Zürcher. Der 31-Jährige, der mit vollem Namen Caio Cesar Alves dos Santos heißt, kam im Juli 2013 vom brasilianischen Zweitligisten Atletico Gorniense zu GC und war zuvor vier Saisons in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt engagiert. WGC erzielte Caio in 131 Pflichtspielen 51 Tore. Caio hat den Willen geäußert, gegen Ende seiner Karriere nochmals eine neue Herausforderung anzunehmen, erklärte Sportchef Matthias Walter. Wir bedauern natürlich seinen Entscheid, kamen seinem Wunsch jedoch nach. Er war in den letzten Jahren eine wichtige Stütze bei uns. Remo Arnold erlitt im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde für die Europa League in Osjeck eine Knieverletzung. Bei der Untersuchung in der Schweiz wurde ein Rest des vorderen Kreuzbandes festgestellt. Zudem sind sowohl die Innen- als auch Außenbänder im rechten Knie gezerrt. Der 20-jährige Verteidiger wird sich nächste Woche einer Operation unterziehen und beginnt anschließend mit der Reha. Mehr Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen.